Mahlzeit Freunde. Willkommen zurück bei Dead Island 2. So. Ja, der Rucksack ist irgendwie immer zu klein. Also wirklich, dass es so kein Upgrade gibt oder so. Trifft bei Betten, Emma und Sam Bee. Betten, Junge. Ja, ich bin gerade... Geht mir vorbei. Ah! Boah, ich hab doch noch ein anderes Wettes. Oh, nee. Junge, Alter. Ich bin echt tot. Junge, hat der einen Schwung auch, Alter. Da riech ich auch ein Schwung. Er kann halt auch von jedem... Interest-Vombie kann ja was, ja. Ja. Gott sei. Wir müssen... ... und dann gucken. Ames. Sam? Anybody? Hm. Uh! Und es ist angefangen zu facken. Brenner, Brenner, komm. Ah! Feuersturm. Kurzbrücken. Lesarien-Premium. Hm. Scheiße. Schluckt, Junge. Schluckt, Junge. Oh, der wird geheilt. Uh! Ich bin doch. Ich auch. Trotz Rage-Mode habe ich den nicht eingekriegt. Oh ja, ich bin hier schon drin auch. Na, zu höh! Ich bin doch hier bei Schrotflinte und Sturmgewehr bleiben. Die Hacker-Werder-Werder-Werder-Werder-Werder-Kack-er. Hä? Ampiaismus. Was ist das denn? Es explodiert. Gut. Bumm, bum, 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 bom! Uua! Okay, �ts so. Dann kriege ich noch einen, auf einen Tremium. betten bist du da was denn stören wir erstmal schilder kanalisation zappt rap jungen tap on Tap on. So, Randy ist jetzt nicht so hoch. Epoch. Das wäre besser. Oh. Mhm. Hm. Können wir kurz Pipi Pause machen? Ja. Kannst du jetzt. Kannst du. Ich lauf hier noch ein bisschen montiert und sowas. Sieben Metro. Oh. Oh. Oh, scheiße. Okay, das ist Recycling. Hm? Peggy. Ist Peggy etwas Spezielles oder? Hm. So scheint. Ein roter Tag kann ich auch nicht recyceln. Hm. So. Ob ich zu vieles darf. Hä? Ich weiß nicht. Hm. DPD Kisten Schüssel. Okay. Noch eine Stunde. Dippererat spielen. Können wir die Schüssel auch? Oh. Hm. Oh. Dann sind wir auf Pipi. Und die Entwörtel. Okay. Dann sind wir auf Pipi. Und die Entwörtel. Dann bin ich auch. Ja. So. Und die Schüssel. Ich dachte es war eine Schmerzelle. Ich habe sie. Ich habe sie. Ich bin. Wir finden einen... Oh... Diese Kükenhasser... Oh... 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 Okay, okay, okay... Wo komm ich denn rein? Wir brauchen 10er Ventils, dass da hinten... Ja, woher wir da rein kommen... Ja, woher wir da rein kommen... Ja, woher wir da rein kommen... Und dann noch ein 30er... Und dann noch ein 30er... Ja... Perfektes Terminierung... So ein... Tod... Stehen sie mal auf hier, junge Frau... Ja... Das 30er Ventil... Wo ist denn das 30er Ventil... Oh ja, 50er... Ja... Perfektor... Benzin... Aber... Achso, komm mal mit... Wo ist denn... Hier... Hier... Da auf dem Tisch... Oh... Na, wo ist die unten kommen... Schlüsse... DVD-Kissen-Schlüsse irgendwie... I don't know... Peppi, komm her... Schon übergefallen in den Zügen... So... Passen... Brrr... Taugt ihr Schrot wenigstens... Was... Der Erstaunlichkeit ist eigentlich... Der Erstaunlichkeit... Ja... Wenn du ein Zombie... Mit einem Drachen... Ihn den Kopf tötest... Der eine kraftvolle Explosion... ... hat... Wow... Gut, könnte... Wenn man auf Feuerträumen... ... den Drachen rausnehmen... Oh... Oh... Oh, hier liegt noch was an einem Regal. Mein B quest Hari. Oh mein, bremer! Bam 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 bam! Nee rechts rechts, öh! Ich bin so schnell! Ich bin so schnell! Ich bin so schnell! Stop! Du stehst nicht mehr auf! Ich werde etwas gegen die Wasserleitung werfen. Strom! Super! So ist es gut hier! Cool, cool, cool! Schmeckt, schmeckt, schmeckerinkig! Schmeckt, schmeckt, schmeckt! Schmeckt, schmeckt, schmeckt! Schmeckt, 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 schmeckt! Schmeckt, 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 schmeckt! Schmeckt, 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 schmeckt! Schmeckt, 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 schmeckt! Echt? Ich weiß nicht, ob er so eine Schockwelle oder so einen Druck damit kriegt. Entschuldigung von deinem Heim. Ich hab halt keine Mad Kids mehr. Oh ja, ich auch nicht. Das war nicht ganz so cool. Oh, das freut sich aus. Ich könnte erstmal mit dem Chemiebomben löschen, ne? Ja. Chemiebomber. So, das hat sich etwas weniger gelohnt hier. Gut gesagt. Noch mehr Tunnels. Mhm. Das fehlt noch sehr, 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 sehr vielen. Schreier. Rot ist rein. Da kommt so ein Mutant. Ein High-End Mutant. Ich bin in der Raserei gestorben. Was? Geil. Oh. Ich hab noch... Ich seh's. Ich bin tot. Ich seh's. Felix, komm ja. Na? Na? Ich bin tot. 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 Ich bin total nicht verstanden. Es waren zu viele, um ein bisschen zu nehmen. Oh, das war schon ein Kollege. Oh Gott, ey, what the fuck, Alter. Fuck, Junge. Ich bin nur das Scheiß-Energy, Junge. Ach Gott, ey, what the fuck, Alter. Ich bin tot. Ja, ich muss dir nur noch kurz aufholen. Ich bin tot. Ich bin totlos. Ich wollte es nur erwähnt. Die Fette mich ja nicht mehr abfuckt. Ich bin tot. Oh, komm mal bitte. Ich bin tot. Halt jetzt dein Maul. Ich bin jetzt gleich mal gefahren. Halt jetzt också. Bist du? Können wir hier mit dem Bicken rum. Klaus. Oh! Wo ist denn der Fettsack hin? Ich weiß nicht, der rennt uns hinterher, aber der ist nicht der Schlimmste. Keine Ahnung. Achja, Entschuldigung. Oh, das ist Feilung. Oh ich bin zu rot. Ich bin ein Datschick, richtig? Hilfe! 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 das ding ist wir müssen noch alles von vorne machen eigentlich nicht doch komm nicht raus, komm nicht raus, komm nicht raus, komm nicht raus ist kurz weg oh ne, doch nicht ich hab nur 93 lebe mit tot mein leben streikt auch wieder, so als ob ich leben würde aber ich bin tot ja, da muss ich auch mal weg Oh, ja, 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 ja. Ich weiß nicht, was ich hier so schwer rum. Ich bin ja. Schreireann ist tot. Die hat doch unten gekochen. Scheiße. 11x leben, ey. Hä? Juhu! Was hat der für eine Range, Alter? So was zum Helm irgendwo. Er hat Bock auf jeden Fall. Ja. Ist halt auch rot, ne? Ja. Das ist so ein Schuss, natürlich. Ja. So, Kumpel. Nun zu dir. Ja. 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 Das ist so gut. Aber wenn du das Moosh-Set von ihm ein bisschen drin hast, dann geh jetzt eigentlich. Ja. Wir sind echt zornig, wenn die was... Ja. Wir sind echt zornig. Ja. 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 Ja.